Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch heute aus diesem wunderschönen Park mitten in Berlin voller blühender Kirschblüten und lade euch ein zu einer 15-minütigen Yoga-Praxis. Diese Yoga-Einheit ist ruhig, klar und zurückhaltend, aber dennoch kraftvoll, energetisierend und vor allem erdend. Wir verzichten heute auf jegliche Stützposition auf den Händen, somit ist diese Sequenz absolut handgelenksfreundlich und ihr könnt sie überall, gerne natürlich draußen in der Natur, absolvieren und benötigt theoretisch nicht mal eine Matte. Körperlich betonen wir entsprechend unsere untere Körperhälfte, also Bein- und Gesäßmuskulatur und Stärken, Balance und Geduld. Seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen. Ganz viel Spaß! Komm an den Anfang deiner Yogamatte. Füße hüftbreit, Innenkanten parallel. Atme ein, roll die Schultern über vorne hoch zu den Ohren. Atme aus, lass die Schultern über hinten und unten sinken. Wir beginnen in der Berghaltung, Tadasana. Schließe dafür gerne deine Augen, lass deine Handflächen nach vorne zeigen und verwurzel dich über deine Füße, satt in den Boden. Spür die Erde unter dir, spür die Temperatur und die Textur unter deinen Füßen. Und dann erlaube dir aus diesem Fundament, aus dieser Verwurzelung heraus, noch größer zu werden, indem du deine Scheitelkrone nach oben Richtung Himmel schiebst. Kreiere eine selbstbewusste und aufrechte Haltung von innen und außen. Und dann atme hier tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund aus. Noch einmal so, atme Zuversicht und neue Energie ein und alle Sorgen, alle Zweifel aus. Wunderbar. Öffne die Augen und lass uns fließen. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, öffne dich zur rechten Seite, Arme parallel zum Boden. Einatmen, komm zurück zur Mitte, Arme hoch. Ausatmen, öffne dich zur linken Seite, Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet. Einatmen, komm zurück zur Mitte, Arme heben. Ausatmen, tauch ab, komm in die ganze Vorbeuge, lass die Beine dabei gerne leicht gebeugt. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken, Fingerspitzen zum Boden. Ausatmen, ganze Vorbeuge, lass den Oberkörper schwer hängen. Achtung, einatmen, richte dich wieder auf, heb die Arme über die Seiten nach oben. Und Ausatmung, bring die Hände vors Herz. Noch einmal so. Einatmen, Arme über die Seiten heben, ganz kraftvoll. Ausatmen, öffne dich zur rechten Seite. Einatmen, komm zurück zur Mitte, Arme hoch. Ausatmen, öffne dich nach links. Einatmen, Mitte, Arme heben. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, nochmal ganze Vorbeuge, lass dich hängen. Ein, richte dich auf, heb die Arme über die Seiten nach oben, der Bauch bleibt fest. Und Aus, Hände vors Herz, Tadasana. Weiter geht's. Atme ein, heb die Arme nach oben, zieh dein rechtes Knie zu der Rand. Atme aus, mach einen riesengroßen Schritt mit rechts nach hinten an das Ende deiner Matte. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, setz dich tief und satt in den Krieger 1 Variante mit gehobener rechter Ferse. Zieh die linke Hüfte tendenziell mehr zurück, die rechte nach vorn. Dann atme ein, zieh die Ellbogen spitzen nach hinten und unten, herzleicht heben. Atme aus, bring Ellenbogen und Unterarme vor dir zusammen, zieh den Nabel ran. Einatmen, nochmal öffnen, Ellenbogen nach hinten und unten. Ausatmen, führ die Arme zusammen, aktiviere deine Körpermitte. Letzte Runde. Einatmen, öffnen, Blick leicht heben. Ausatmen, zusammen. Achtung, nächste Einatmung, Arme über die Seiten heben. Und Ausatmung, komm in deinen Krieger 2, rechten Fuß seitlich quer aufgestellt, Arme parallel zum Boden. Setz dich hier richtig tief und satt in deinen Krieger. Schieb die rechte Fußaußenkante mehr in den Boden. Lass dein linkes Knie über dem linken Fußgelenk ausgerichtet und entspann die Schultern. Dann bring den linken Unterarm auf den linken Oberschenkel und beginne mit deinem rechten Arm im Uhrzeigersinn zu kreisen. Dafür atme ein, zieh den rechten Arm nach vorn. Atme aus, kreis den Arm über oben nach hinten und zurück. Mit der Einatmung öffnen. Mit der Ausatmung den Kreis wieder schließen. Mach das hier noch 2-3 Mal, ganz in deinem eigenen Tempo, synchron zum Atem. Schöpfe den gesamten Bewegungsradius deiner Schulter aus. Sehr gut. Achtung, mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf, streck dein linkes Bein und mit der Ausatmung komm in die Goddess Pose. Beug dafür deine Beine an, lass die Zehen nach außen zeigen und bring die Hände vors Herz. Deine Knie sind jetzt direkt über deinen Fußgelenken ausgerichtet. Auch hier wollen wir eine leichte Dynamik reinbringen und Atmung und Bewegung miteinander verbinden. Dafür atme ein, streck die Beine, heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, beug die Beine, bring die Hände vors Herz. Noch 3 Mal so. Mit der Einatmung die Beine strecken, die Arme über die Seiten heben. Und mit der Ausatmung setz dich tief und schieb die Knie aktiv nach hinten und außen. Einatmung, nochmal strecken. Ausatmung, tief, Hände vors Herz. Letztes Mal. Einatmen, mach dich ganz lang. Ausatmen, bring die Hände vors Herz, setz dich tief. Sehr gut. Wir bleiben hier noch für 3 stille Atemzüge. Dafür schließe deine Augen. Spür die Öffnung deiner Leisten. Spür die Kraft im Gesäß und Oberschenkel. Spür die Wärme und die Intensität. Sehr gut. Wir wollen langsam wieder zurück. Dafür strecke Arme und Beine mit der nächsten Einatmung. Und mit der Ausatmung mache einen großen Schritt an den Anfang deiner Matte und lande in unserer Ausgangsposition in Tadasana. Prima. Andere Seite. Atme ein, heb die Arme nach oben, zieh dein linkes Knie zu dir ran. Atme aus, mach mit links einen großen Schritt zurück an das Ende deiner Matte. Einatmen, die Arme heben. Ausatmen, setz dich tief und satt in Virabhadrasana 1 mit gehobener linker Ferse. Zieh die rechte Hüfte etwas mehr zurück, die linke nach vorn. Du weißt, was kommt. Atme ein, zieh die Ellbogen spitzen nach hinten und unten, den Blick leicht heben. Atme aus, bring Ellenbogen und Unterarme vor dir zusammen. Aktiviere dein Zentrum. Einatmen, nochmal ganz großzügig öffnen. Ausatmen, führ die Arme zusammen. Spür die Kraft in deinen Schultern und in deinen Armen. Letzte Runde, einatmen, öffnen, Herz heben. Ausatmen, zusammen. Achtung, nächste Einatmung, die Arme über die Seiten heben. Und Ausatmung, komm in dein Krieger 2, linken Fuß seitlich quer aufgestellt, Arme parallel zum Boden. Setz dich tief und satt in den Virabhadrasana 2. Schieb die linke Fußaußenkante mehr in den Boden. Lass dein rechtes Knie über dem rechten Fußgelenk ausgerichtet. Entspann die Schultern und entspann den Kiefer. Dann bring deinen rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel. Und beginne auch hier mit deinem linken Arm zu kreisen. Dafür atme ein, zieh den linken Arm nach vorn. Atme aus, kreis den Arm über oben nach hinten und unten zurück. Mit der Einatmung öffnen. Mit der Ausatmung den Kreis schließen. Noch zwei, drei Kreise. Ganz in deinem eigenen Tempo. Synchron zum Atem. Sehr gut. Mit deiner nächsten Einatmung richte dich wieder auf, streck die Beine, bring die Hände an die Hüfte und lass die Zehen zur Langmattenseite zeigen. Deine Füße sind parallel ausgerichtet, deine Knie ganz leicht gebeugt, so eine Mini-Mikrobeuge hier. Wir wollen in die stehende, gegrätschte Vorbeuge. Dafür atme ein hier. Und mit der Ausatmung komme mit ganz langem Rücken zunächst in die halbe Vorbeuge, bring die Fingerspitzen sanft zum Boden, ohne dass sie Gewicht tragen. Und dann lasse deinen Oberkörper immer tiefer Richtung Boden sinken und finde deinen persönlichen Ausdruck, dieser Asana. Entweder lass deine Hände aufliegen, dort wo sie sind oder greife die gegenüberliegenden Ellenbogen oder wandere deine Hände auch gerne nach hinten durch und von dir weg. Finde deine Variante und bleibe hier für zwei Atemzüge. Atme nochmal tief ein und aus. Und dann finde langsam wieder zurück, komme zunächst in die halbe Vorbeuge, dann bring die Hände an die Hüfte, beug die Beine leicht an und über die Aktivierung deiner Rückenmuskulatur, richte dich wieder auf und komme in den Stand. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben, atme aus, komm an den Anfang deiner Matte, bring die Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Zum Abschluss üben wir heute noch eine Balancehaltung im Stehen und zwar den Baum, Vrikshasana. Dafür verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und bringe deinen rechten Fuß entweder an die linke Wade oder an deinen linken Oberschenkel. Auf jeden Fall unterhalb oder oberhalb von deinem Knie und nicht direkt aufs Kniegelenk. Bring die Hände vors Herz, schieb dein Standbein aktiv in den Boden. Mach den Bauch fest und nimm die Schultern zurück. Finde hier Sicherheit und Stabilität. Für mehr Aufrichtung und Größe führe deine Arme nach oben, öffne sie und schenke deinem Baum eine wunderschöne Krone. Wenn du mehr willst, dann versuch mal deine Augen zu schließen, nur wenn du willst und spiele mit der Balance. Lass deinen Baum wanken, lass ihn lebendig, lass ihn ganz organisch sein. Sehr gut. Dann löst das Ganze langsam wieder auf, bring den Fuß zurück zum Boden und mach dich bereit für die andere Seite. Verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein und bringe deinen linken Fuß in dieselbe Position wie auf der anderen Seite. Also entweder unterhalb oder oberhalb von deinem rechten Knie. Bring die Handflächen aufeinander, schieb dein Standbein aktiv in den Boden und achte darauf, dass du es nicht überstreckst. Für den Baum in seiner gesamten Größe bringe die Arme nun wieder nach oben, öffne sie und kreiere hier wirklich so eine riesengroße und wunderschöne Baumkrone. Und so wie uns die Bäume und die Natur auf dieser Welt Schutz und Lebensenergie spenden, schau mal, für wen du diese Rolle einnehmen kannst. Wer in deinem Leben benötigt deine Unterstützung vielleicht besonders? Wem kannst du Halt geben? Atme nochmal tief ein. Und aus. Und dann löst das Ganze achtsam wieder auf. Bring den linken Fuß zurück zum Boden und komm in den Stand. Dann atme ein, komm hoch auf die Zehenspitzen, nimm die Arme mit. Und dann mach dich hier nochmal ganz lang. Streck dich, zieh den Körper in die Länge, atme ein hier und mit der Ausatmung bring die Fersen zurück zum Boden. Leg die Handflächen aufeinander und vor dein Herz und senk den Blick. Schließ deine Augen. Verneig dich gedanklich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis. Die deutsche Lyrikerin Roswitha Boch sagte einmal, der Atem der Bäume schenkt uns das Leben. Und genau mit diesen Zeilen möchte ich die heutige Einheit versiegeln. Der Atem der Bäume schenkt uns das Leben. Also lasst uns rücksichtsvoll und behutsam mit ihnen sein. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Namaste. I was never the one to write up a song for just anyone. I, I was always the one to find myself lost in all conversations old. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together.